Hi Denise, ich bin der Fabi und ich finde es schade, dass du heute nicht da warst. Vielleicht sind wir uns ja bald mal in Holland, also wir hoffen, dass wir mal rüber kommen können. Oder du kommst einfach auf unsere Deutschland-Tour im September. Komm und überleg sie halt. Bis dann.